Ich bin Ole Oltmann und werde über ein Songwriting-Projekt berichten, das ich in der Schule durchgeführt habe. Die Aufgabe lautet, jeder von euch wird im Musikunterricht in einer Gruppe einen eigenen Song schreiben. Dazu gehört vor allem für diejenigen mit wenig musikalischer Vorerfahrung, in bereits bestehender Musik nach Inspirationen zu suchen. Aufnahmen können nach und nach während des Musikunterrichts gemacht werden. Wesentliche Spuren entstehen während einer maximal zweistündigen Blockphase außerhalb des regulären Musikunterrichts. Schreib deinen Song, lautet die herausfordernde Aufgabe. Für jedes Problem werden wir dabei eine Lösung finden und am Ende wird jeder einen wirklich guten Song kreiert haben. Man muss sich nur auf dieses kreative Songwriting-Projekt wirklich einlassen.